Herzlich willkommen zurück. Ihr seht schon, ich bin nicht genau da, wo ich aufgehört habe. Ich habe trotzdem nichts verpasst. Ich hatte das Problem, dass dieses Level mir dreimal oder viermal in Folge abgestürzt ist, als ich starten wollte während der Aufnahme. Und deshalb habe ich es jetzt so lange probiert, bis es jetzt endlich angelaufen ist und habe jetzt erst die Aufnahme gestartet. Wir sind also im Beginn des neuen Levels, des dritten Levels von Jurassic World. Ich habe übrigens festgestellt, dass es doch fünf sind und nicht vier. Und dieses Level beginnt, deshalb habe ich es auch gleich pausiert, sofort mit einer Verfolgungsjagd. Wir brauchen drei Minikits, nein, zwei Minikits jetzt im ersten Teil und ich glaube sechs oder sieben im zweiten Teil. Und ja, also uns fehlt noch jede Menge und wir sind mitten in der T-Rex-Verfolgung und das Schlimme ist, ich darf die wahrscheinlich mehrmals machen. Und das richtig Schlimme ist, dass das jetzt gerade bei einem Level ist, das nicht so richtig funktionieren will. Ich versuche das jetzt aber trotzdem, ja. Also ihr werdet jetzt feststellen, es geht direkt los und ja, dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass das klappt. Schauen wir mal. So. Da war das eine. Okay. Und das andere ist irgendwo rechts anscheinend. Ich halte mich jetzt mal an die rechte Seite, soweit es geht. Oh, 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 oh. Oder doch links. Oh mein Gott. Ich habe da gerade keine Ahnung. Ich versuche mich nach dem weißen Blink in den Pfeil zu orientieren. Aber das ist gar nicht so einfach. Also ich bin ja schon mal froh, dass ich das eine jetzt geschafft habe. Ich kann jetzt auch überhaupt nicht darauf achten, ob ich das richtig... Da ist es. Oh, klasse. Wir haben es geschafft. Gleich beim ersten Mal. Uh, da habe ich jetzt mal richtig Glück gehabt. Ähm, und es waren auch tatsächlich alle Minikits, die jetzt in diesem Durchgang gefehlt haben. Glaube ich jedenfalls. Ich sehe keinen weißen Pfeil mehr. Dann waren es jetzt doch nur zwei. Ja klar, wir brauchen sieben noch im nächsten. Eins hatten wir schon. Oh lala. Und somit sollte das jetzt tatsächlich alles gewesen sein. Yay. Die Katzchen überspringen wir direkt mal. Und sind jetzt in einem meiner Lieblingslevel nicht ins hohe Gras laufen. Ja, es tut mir etwas leid, dass das jetzt alles hier so hoppla hopp ging. Aber ich wollte euch die Folge einfach nicht vorenthalten. Und mit dem Spielabsturz, ihr habt ja wirklich nichts verpasst. Ich habe das Level angewählt. Und als es dann gestartet hat, habe ich sofort auf Pause gedrückt. Äh, die Katzchen hatte ich auch übersprungen. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass es direkt mal in der Verfolgungsjagd losgeht. So. Ähm. Nichtsdestotrotz speichern wir das jetzt. Nein, nicht verlassen. Fortfahren. So. Und hier brauchen wir jetzt sieben Medikits. Ja, also wir schauen mal kurz in die Statistik. Drei von zehn haben wir. Sieben brauchen wir noch. Dieses Level hat nur zwei Bereiche. Und da scheint auch gleich das Erste zu sein. Ähm. Die Frage ist nur, wie wir da rankommen. Irgendwas müssen wir, müssen wir wohl auslösen. Den ziehen wir erst mal kurz raus. Irgendwas müssen wir auslösen, damit dieses Medikit hier erscheint. Und diese Stelle am Boden sieht auch schon wieder so merkwürdig aus. Alex würde jetzt fragen, ob man da graben kann. Nein, kann man nicht. Also graben kann ich nur, wenn ich diese Lego-Teile sehe. Ach, da hinten liegt was. Also da bin ich jetzt gerade sehr optimistisch, dass das mit diesem Level klappt. Also wenn, wenn das Spiel mir jetzt nicht abstürzt, dann sollte das ein ziemlich schneller Durchlauf werden. Weil die Verfolgungsjagd, die ging doch jetzt sehr zügig und es hat auch nicht geklappt. Damit hatte ich ja mal gar nicht gerechnet. So, da ist jetzt schon gleich das Erste. Tadaa. Okay. Und weiter. Das machen wir jetzt wie am Fließband. Und sammeln natürlich auch noch kräftig ein hier. Und lassen uns ein Kompis erdeln. So. Ähm, diese zwei da, die ignorieren wir jetzt mal. Da hinten ist ein Medikit. Okay. Oh, und hier ist ein Haufen. Ja, ist ja gut. Also die Männer, die stellen sich auch immer an hier. Das ist schon ein bisschen, ja. Ich bin jetzt übrigens gerade, ähm, ich muss gerade sehr grinsen, ähm, hat jetzt überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Interessiert jetzt wahrscheinlich, äh, ja doch, manchen vielleicht schon. Und Alex hat heute sehr gute Laune, weil gerade der HSV aus dem DFB-Pokal geflogen ist, gegen Jena. Und er hat vorhin schon ziemlich geflucht, weil sie, äh, wieder mal kurz vor knapp noch einen Ausgleich erzielt haben. Aber in der Verlängerung hat sie es dann doch noch geschmissen. Und, ja, da musste ich jetzt gerade, äh, ziemlich lachen, weil er jetzt gerade mir per WhatsApp nochmal so seine Freude quasi gut getan hat. So. Also wer, wer sich jetzt sehr viel Mühe macht und nachschaut, der könnte sich jetzt ausrechnen, dass dementsprechend auch immer noch Sonntag ist bei mir. Huch. Ähm. Also Sonntag, der, ich glaube, neunte August bis heute. Ich bin ja schon froh, dass ich überhaupt weiß, welcher Wochentag ist. Äh, wenn ich Nachtschicht hab, dann, ja. Habe ich's meistens nicht so mit Wochentagen. So nach spätestens zwei Nächten weiß ich echt nicht mehr, welcher Tag ist. Oh, da haben wir wohl eins übersehen. Da geht noch ein Pfeil nach links. Da, 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 da. Oh. Oh, das ist aber gut versteckt gewesen hier. Eric, hol die Pisse raus. Na. Genau, so. Oh, ey, das läuft ja. Jetzt sind's nur noch vier, die uns fehlen. Also, ich muss ehrlich sagen, ohne diesen Minikit-Finder, äh, hätte ich das, also, du, ah, oh, Gott, bin ich erschrocken. Da hätte ich das jetzt schon wieder übersehen gehabt. Ähm. Ja. Ja. Ja, also, heute weiß ich aber, wie gesagt, welcher Tag ist, weil es ja mein letzter Tag der Nachtschicht ist und, äh, das kann ich mir ja dann gerade noch merken. Man weiß ja ungefähr, ich hab ja jetzt dann eine Woche frei. Und sowas merkt man sich dann schon, wenn man weiß, dass man nur noch eine Nacht arbeiten muss. Aber so, so zwischen Mittwoch und Samstag, da hab ich da echt massive Probleme zu wissen, welcher Tag ist. Weil man geht am selben Tag zur Arbeit, also, man, man kommt von der Arbeit und weiß, man muss am selben Tag wieder hin. Und das verwirrt mich immer total, irgendwie. Oh, da ist ein Raptor. Ein Minifilter haben wir auch gerade noch geholt. Und jetzt fehlen uns nur noch zwei, kann das sein? Nee, 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 drei. Aber ich krieg aktuell nur zwei Pfeile angezeigt. Das, das irritiert mich jetzt schon wieder. Habe ich vielleicht doch noch irgendwo einen übersehen gehabt, im ersten Bereich. Aber da, nee, das glaub ich eigentlich fast nicht. Das ist jetzt natürlich doof. Mir fehlen... Ja, 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 ach. Ich wollte jetzt nicht mit Mr. DNS sprechen. Das irritiert mich jetzt wirklich, muss ich ehrlich sagen. Weil... Eigentlich waren da ja keine Pfeile mehr. Also, ich würde ja sagen, hier sind noch drei. Allerdings... Halt, ich muss gedrückt halten, genau. Nee. Ich will jetzt hier auch kein Risiko eingehen, weil das ist zwar keine Stange, aber ich habe hier immer so ein bisschen Sorge, dass ich... dass ich wieder einen Bug abkriege. Wo habe ich eins übersehen, ich weiß jetzt einfach nicht, ich weiß es nicht. Also da hinten ist auf jeden Fall etwas zu spät. Ja, das sparen wir euch jetzt gerade mal hier. Habe ich jetzt gerade das Skelett angewählt? Tatsächlich. Das Dilophosaurus-Skelett. Was natürlich total erschmarrn ist, dass man hier diesen Kragen als Knochenplatten sieht. Weil das sind ja Hautlappen. Ja. Aber gut. Wir spucken also mit einem Dilophosaurus-Skelett. Sollen wir auch recht sein. Holen wir uns bei der Gelegenheit... einen Minikit. Mein Gott, die hat aber eine Panik hier. So, das konnten wir also definitiv schon mal machen. Den Nick-Wan-Owen hatten wir ja beim ersten Mal schon dabei. Hm. Jetzt blinken wieder zwei Pfeile. Oh, jetzt bin ich aber beruhigt hier. Das hat sich gerade aufgeteilt. Das ist einfach so, diese zwei Pfeile, die liegen gerade übereinander und deuten deshalb in dieselbe Richtung. Ähm. Was kann man hier machen? Konnte ich das beim ersten Mal auch? Nee, eigentlich nicht. Ellie Sattler hatte ich ja da gar nicht dabei. Und außer der Tierärztin, Ellie Sattler, kann das, glaube ich, keiner. Sehr merkwürdig. Ah. Das war jetzt nur die Musik. Die hat mich jetzt total erschreckt. Oh, hier kann ich ein Bild machen. Mensch. Also ich bin heute wirklich ein bisschen hier neben der Spur. Mein Gott, und die Tor-App, die, äh, kriegt sich gar nicht mehr ein heute. Ja, ich hab die ja inzwischen auch. Also was heißt inzwischen, ich hab die schon länger. Und, ähm, hab sie jetzt auch sehr leise, aber heute spielt ja irgendwie alles, was Rang und Namen hat und auch was keinen Rang und Namen hat, äh, im DFB-Pokal. Und, ähm, das geht jetzt hier im Fünf-Sekunden-Takt. So, da haben wir jetzt, also definitiv zwei Pfeile zu erkennen. Äh, äh, okay, da brauche ich jetzt jemanden, der sich schleichen kann. Oder der, der sich tarnen kann. Ich nehm jetzt mal Eric. Ich glaube, Nick kann das auch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich nehm jetzt Eric. Äh, okay. Ah, ich muss also doch erst da hinten hin. Okay, 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 okay. Ich hab's ja verstanden. Ich muss zum Häufchen. Ja, ist ja gut. So. Ach. So. Jetzt. Eine Frau. Nehmen wir mal Sarah. Passt ja schön zum Film. Ach ja, der Eiswagen, genau. Mit der schönen Musik. So, jetzt schauen wir mal. Hier müsste doch jetzt eigentlich irgendwo... Ah. Warum müssen nämlich die Raptoren immer so erschrecken? Ich weiß doch, dass sie kommen. Ah, einen tollen Sternenhimmel haben wir übrigens. Ah. So. Der Raptor ist weg. So, Moment. Wo ist jetzt dieses böne Minikit? Da wechselt jetzt der Pfeil ständig die Richtung. Jetzt irritiert mich schon wieder. Weil ich da jetzt schon wieder Angst hab, dass ich das Level zu früh beende. Okay, wir haben hier die Lofosaurier, die uns angreifen. So, hier komm ich auf jeden Fall an ein weiteres Minikit ran. Da brauche ich nicht, wenn oben mit der Blechstange. Meine Güte, also... Das ist heute jetzt wieder ein ziemliches Rumgewechsel hier. Ich hab eigentlich gehofft, dass ich da relativ schnell durch bin. Aber das zieht sich jetzt doch ein bisschen. Ja, genau. Das ist jetzt der Nächste. Dann haben wir hier. Da ist es. So, eins noch. Und das irritiert mich jetzt, weil der Pfeil nämlich ständig die Richtung wechselt. Ich guck jetzt mal hier, ob ich hier irgendwo durch kann. Weil die sind ja teilweise doch recht gut versteckt. Ah, eine Raptoren-Spur. Okay. Oh. Und ich kann jetzt gerade nicht auf den Raptor wechseln. Ähm. Jetzt kann ich auf den Raptor wechseln. Okay, dann bin ich jetzt optimistisch, dass uns diese Spur... Ähm. Ah. Ach, liebe Zeit. Dass uns diese Spur tatsächlich zum letzten Minikit... Oh. Wir haben hier einen Picknickplatz entdeckt. Das ist ja süß. Und sie gräbt aus. Na? Erstmal macht sie hier alles kaputt. Okay. Aber hätte sie da jetzt nicht was ausgraben sollen? Ach, ich kann zusammenbauen. Okay. So. Das wär's. Ja. Jetzt sind wir doch ein bisschen sehr schnell gewesen, ne? Ähm. Das heißt, ich weiß es gar nicht genau. Ich hab jetzt gar nicht so genau auf die Uhr geguckt. Ähm. Aber auf jeden Fall verlassen wir das Level. Ich bete, dass jetzt das Spiel nicht abstürzt. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Drückt mir die Daumen. Speichern und verlassen. Ich beschleunige da jetzt auch mal nichts. Ich lass das jetzt mal so laufen. Weil ich trau der Sache gerade gar nicht. Mein Laptop ist nämlich auch wieder ziemlich heiß gerade. Und ähm. Es könnte auch passieren, dass wenn ich jetzt versuchen würde, ein neues Level zu starten, dass das dann wieder abstürzt. Was kriegen wir denn jetzt schon jetzt? Jetzt wird's, ähm. Ein Parasaurolophus. Skelett. Und wieder jede Menge Stats. Wir brauchen ja auch unbedingt welche. Wir sind ja so knapp bei Kassel. Ja. Zur Insel zurückkehren. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob er jetzt das macht. Aber ich versuch's einfach weiter. Und. Okay. Also das wäre geschafft. Ihr habt jetzt mal kurz eben Standbild. Ich muss mal kurz auf meine Aufnahmezeit gucken. Ähm. Einen kleinen Moment bitte. Und. Oh, 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 oh. Ja, wir haben noch sehr, sehr, sehr viel Zeit. Ähm. Dann habe ich mich doch nicht geirrt. Wollen wir es riskieren und das nächste Level starten? Ja, viel anderes kann ich ja nicht machen. Im Open World Modus haben wir ja alles. Da gibt's jetzt nichts, was ich noch kurz zwischen rein schieben könnte. Ähm. Wir machen das jetzt einfach so. Ihr hattet so viele Folgen. Die wirklich länger waren. Ja. Viel länger. Ich versuche jetzt, das nächste Level zu starten. Wenn das nicht klappen sollte. Äh. Wenn mir das Spiel jetzt wieder abstürzt. Und ich befürchte es fast. Dann, ähm. Ja. Dann werde ich die Aufnahme beenden. Und wir machen beim nächsten Mal weiter. Ja. Aber vielleicht haben wir auch Glück. Ich probier das jetzt einfach mal. Hier geht's jetzt weiter. Im Kommunikationszentrum. Da haben wir auch schon alle Bernstein. Oh. Okay. Jetzt schaut mal. Im ersten Bereich haben wir schon alles. Da würde ich ja fast tendieren, dazu tendieren, direkt in den zweiten Bereich zu starten. Dann schaffen wir das vielleicht sogar in der Folge noch vorausgesehen, dass das Level startet. Das ist doch so meine Befürchtung. Da brauchen wir noch drei Minikits. Und da brauchen wir auch drei. Ich versuche das jetzt. Drückt mir die Daumen. Los geht's. Es sieht gut aus. Soweit ging's nämlich. Ah. Es schaut wirklich gut aus. Weil bei mir war das nämlich schon vorher eingefroren. Noch bevor kurz dieser Black Screen kam. Hey. Das wäre jetzt der Hammer, wenn wir zwei Level in einer Folge schaffen. Und das eigentlich dann, wo ich so massive Spielprobleme habe. Also sechs Minikits. Drei im zweiten Bereich. Drei im dritten Bereich. Den ersten, wie gesagt, konnten wir überspringen. Da hatten wir alles gefunden. Und. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Dann wird die Folge eben doch wieder Überlänge haben. Weil das schaffen wir jetzt nicht in zwölf Minuten oder so. Aber gut. Schauen wir mal. Äh. Checkpoint. Ja gut. Den Checkpoint brauchen wir jetzt nicht. Ich muss mich jetzt erstmal wieder orientieren, was wir jetzt genau tun müssen. Also. Wer ist das denn überhaupt? Ist das Sarah? Nee, oder? Nein. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Ähm. Wir lassen jetzt erstmal hier mit Sarah ein Foto machen. Und ich glaube, hier konnten wir beim letzten Mal noch gar nicht aufmachen, weil Nick war hier gar nicht dabei. Wir hatten nur Ian, Sarah und... Achso. Ja, okay. Geht auch gar nicht mit Nick. Ich brauch den Schlüssel. Ähm. Ähm. Ja, wir hatten Ian, Sarah und Kelly. Und die Mini-Kids, ihr seht die drei Pfeile, der ganz links ist ein bisschen schlecht zu sehen. Die deuten alle nach oben. Wir müssen jetzt also erstmal hier im Level ein bisschen voranspielen. Hier speichern brauchen wir jetzt nicht, weil wir gerade erst angefangen. Frauen können ja immer schreien. Nein, die nicht. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wer ist denn das überhaupt? ACU-Beamtin. Ja. Dann halt nicht. Aber Sarah kann schreien. Also. Alex hat mich ja berichtigt, dass das nicht Sarah heißt, sondern Sarah. Das soll mir auch recht sein. Das Beste an dieser Sarah war ihr Tod. Also das muss ich jetzt mal... Es tut mir leid, wenn ich das jetzt gespoilert habe, für alle, die den Film Jurassic World nicht kennen. Aber... Sie ist sehr geil gestorben. Okay. Da drüben ist ein Mini-Kit. Da komme ich jetzt aktuell aber gerade nicht hin. Was muss ich denn hier machen? Oha. Okay. Oha. Warum erschrecke ich eigentlich immer vor den Raptoren? Ich verstehe es nicht. Ich weiß doch, dass die da kommen. Ja? Also hier drin ist auf jeden Fall eins. So. Das hätten wir schon mal. Zwei brauchen wir noch in diesem Bereich. Die sind beide weiter oben. Ja, ja, ja. Ich bin ja schon unterwegs. Ich schaue mal, dass ich das möglichst zügig... Ich weiß, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass ich das möglichst zügig abhandle. Okay, noch weiter oben, so wie es aussieht. Ich muss, wie gesagt, nur aufpassen. Das Übliche, dass ich nicht aus Versehen das Level zu früh beende. Aber die... Es sieht so aus, als wären die beide weiter oben. Die beiden Mini-Kids, okay. Wie komme ich denn da jetzt rüber? Kann ich da jetzt irgendwie langschleichen? Ja, kann ich. Ah, das ist schon wieder so lange her. So, Madame, jetzt gib mal ein bisschen Gummi. Wir wollen das in dem Part noch schaffen. Ich weiß, dass da gleich ein Raptor rausguckt. Vor dem werde ich jetzt nicht erschrecken. Uff, was macht sie denn? Ja, okay. Okay, das ist die Leine. In die Dunkelheit. Dunkelheit ist gut, weil da weiß ich, was ich zu tun habe. Äh, anscheinend nichts. Da ist nichts. Ach, da ist ein Gang. Ach, du liebe Zeit. Ja, aber da kann ich nicht weiter. Wieso kann ich da nicht weiter? Das ist doch definitiv ein Gang. Okay, dann habe ich mich geirrt. Sehr merkwürdig. Ich merke mir mal die Stelle, weil... Ja gut, die Pfeile gehen aber auch nicht dahin. So, halt jetzt erst mal runter, weil der Pfeil... Ah, okay, da kann ich eine Scheibe anschließen. Das mache ich auch sofort. Okay. Mit einem Skelett. Okay, jetzt fehlt uns... Uah! Ach, verdammt. Jetzt bin ich da runtergefallen. So ein Mist. Da will ich einen ganzen Scheiß hier nochmal machen. Ach, Mensch! So. Ich sehe es schon. Ich muss da unten hin. So, mal schauen, wie ich da am besten hinsehe. Weiß ich auch nicht. Ah, wahrscheinlich mit dem Gang. Muss ich mal gucken. Also jetzt muss ich erst mal schauen, dass ich hier wieder den Raptor loswerde. Nein, 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 ich bin doch weg. Was macht sie denn? Wieso? Mensch. Mensch. Okay. Also so kann ich Ian holen. Ich will aber Ian noch gar nicht holen. Ich will... Ich will jetzt erst mal gucken, dass ich, ähm... Och, Mann. Dass ich hier reinkrabbele. Also Tim sollte ich nicht nehmen, wenn er wechselt. Das nehme ich direkt zu dem anderen Tim. Ähm. Ich nehme jetzt mal Grey. Und der kommt jetzt genau da unten raus. Und damit haben wir alle Millikids in diesem Durchgang. Das ist schön. Und jetzt noch schnell in den zweiten Bereich des Levels. Und da fehlen uns auch noch drei. Ich hoffe, dass die auch so problemlos gehen. Das hat die jetzt zwar doch ein bisschen hingezogen. Aber, okay, überspringen. Und jetzt im... Ah, ja, da. Okay, alles klar. Gut, dann hoffen wir mal... Die sind alle da. Oh, oh, oh. Viele, 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 äh... Beine. Es wäre gut zu wissen, wo ich zuerst hin muss. Ja gut, es gibt ja eigentlich nur eine Richtung, ne? Also, ich wollte da jetzt eigentlich über diese, über dieses gespannte Seil da rum. Oh, es regnet bei uns. Oh, das ist auch toll. Wir haben ja momentan eine ganz furchtbar heiße Woche. Da, wo ich ursprünglich herkomme, also wo meine Mutter noch wohnt, da war jetzt schon zweimal in Folge der heißeste, äh, Tag überhaupt, ähm, der gemessen wurde mit, ich glaube, neununddrei... Ne, ich weiß nicht, wie viel Grad, auf jeden Fall, äh, deutsche Rekordtemperatur, ne, 40,3 Grad oder so in Kitzingen, ist das in Unterfranken. Allerdings jetzt da, wo ich mit momentan bin, da ist es auch nicht gerade, äh, kühl. Und jetzt gewittert es gerade. Oh, das ist herrlich. Ihr hört es leider nicht. Das ist jetzt gerade so eine richtig schöne Regenkulisse. Ja, die Raptoren, die springen jetzt da unten noch ein bisschen rum und machen uns ein bisschen das Leben schwer. Aber im Moment kommen wir ganz gut voran. Da ist der rettende Hubschrauber, den wir dann erreichen müssen. Und ich fürchte, wir müssen das auch wirklich ziemlich bis zum Ende spielen, wenn ich mir anschaue, wo die Pfeile dahin deuten. Die sind doch sehr weit hinten. So. Ja, ist ja gut. Der Riesen ist anscheinend noch einer. Also ich spiele jetzt aktuell ja mit Zack Mitchell. Den haben wir ja noch nicht allzu häufig benutzt im Spiel. Finde ich jetzt ganz schön, dass die jetzt auch mal ein bisschen zum Einsatz kommen. Ich weiß gar nicht, kann der noch irgendwas außer Sachen reparieren? Ich habe gerade keine Ahnung, ehrlich gesagt. Nein! Äh. Okay, das war jetzt keine Absicht. Was muss ich denn hier machen? Ich brauche eine Kurbel. Ach, der liegt sehr schrub. Okay. Ja, das geht jetzt aber gerade schön zügig, muss ich sagen. Und da drüben haben wir noch drei Blinkpfeile für drei Medikits, genau. Und drüber und bloß jetzt nicht... Ah, okay, der eine ist da oben, ich sehe schon. Äh, der eine. Das eine ist da oben. Sollte jetzt alles... Genau, da ist eins. Dann hier kann ich drauf schießen. Ich glaube, dann haben wir es gleich. Äh. Ich dachte, das fällt jetzt vielleicht runter oder so. Wie komme ich denn da hin? Ich will definitiv nicht... Also eins ist da unten noch drin. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass sich nicht aus Versehen das Level beendet. Da hätte ich gerade gar keinen Bock drauf, wenn ich da jetzt nach oben gehe. So, das ist das neunte. Wie komme ich... Ah! Hier kann ich, glaube ich, hochspringen, oder? Ja. Hoffentlich... Ich glaube, da hätte ich einen weiblichen Charakter nehmen sollen, oder? Nee, geht auch so. Super! Ja. Jetzt kann ich es auch regulär beenden. Das ist jetzt gerade egal. Beeilung! 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 Es muss mehr Überlebende geben! Es kommt noch... Ja. Puh! Ja, und dann fehlt uns natürlich noch ein Level. Ja, ganz klar. San Diego fehlt uns ja noch. Aber das machen wir definitiv erst in der nächsten Folge. Wir sind jetzt wirklich gut vorangekommen. Also, ich bin schwer begeistert. Auch wenn die Folge jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen Überlänge hat. Aber dafür haben wir zwei Level geschafft. Das ist ganz klasse. Und, ähm... Wir kommen unserem Ziel, den 100% Schritt für Schritt näher. Ich bin mal gespannt, wann wir jetzt endlich mal wieder ein paar Bernsteine sammeln dürfen. Also, ich hatte gar nicht in Erinnerung, dass wir so viel... Ach so! Nee, ich hatte ja dann am Anfang vom freien Spiel, hatte ich ja noch in vier Leveln die Bernsteine geholt, weil wir die Dinos gebraucht haben. Genau. Genau. Weil ich denke doch, so viele haben wir doch im regulären Durchspielen gar nicht gefunden gehabt. So. Das wäre geschafft. Jetzt werfen wir noch einen ganz kurzen Blick auf unsere Prozentanzeige. 83,7. Euch hat eigentlich schon ein bisschen mehr gehofft. Aber gut. Ähm. Das soll es dann jetzt auch wieder mal gewesen sein für heute. Oder beziehungsweise für diese Folge. Okay, ich bin mir... Ich habe jetzt nicht mitgezählt, ob das gerade die erste oder die zweite Folge des Tages ist. Ähm. Auf jeden Fall geht es beim nächsten Mal weiter. Hier in... Also... Nicht in San Diego, sondern in dem Level San Diego. Ähm. Das hier angezeigt wird im Kommunikationszentrum. Da, wo der Hubschrauber quasi gelandet ist. Und, äh... Dann werden wir dann in der nächsten Folge hoffentlich Lost World abschließen. Wie viel ist es denn? Schauen wir mal kurz drauf. Uhu. Da haben wir noch gar nichts geholt. Naja gut, dann haben wir wenigstens was zu tun. Aber den wahren Überlebenden haben wir schon. Na, immerhin. Also dann, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tja. Vielen Dank.